Wir setzen uns in eine möglichst entspannte und angenehme Sitzposition. Die Arme ruhen ganz locker auf den Oberschenkeln auf. Wir schließen die Augen und versuchen uns in Gedanken auf den Körper zu konzentrieren. Wir lassen uns durch nichts stören. Die Geräusche um uns herum sind vollkommen gleichgültig. Wir lockern die Muskelspannung im gesamten Körper. Atmen einige Male tief ein und langsam wieder aus. Spüren, wie sich die Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen langsam wieder senkt. Wir werden immer ruhiger und immer entspannter. Bei den nachfolgenden Übungen achten wir ganz aufmerksam auf die Empfindungen bei der Anspannung und anschließenden Entspannung der Muskeln. Wir gehen mit der Aufmerksamkeit zunächst einmal zu unserer rechten Hand. Wir ballen die rechte Hand zur Faust, verstärken langsam den Druck, spüren, dass es noch angenehm ist, merken uns das Gefühl der Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Spüren, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung in der rechten Hand ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserer linken Hand. Wir ballen die linke Hand zur Faust, spüren auch hier die Anspannung der Muskulatur, merken uns das Gefühl der Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen langsam wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Spüren, wie sie sich das Gefühl der Entspannung in den Fingern der linken Hand ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu beiden Händen, ballen beide Hände gleichzeitig zur Faust, spüren die Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Spüren den Unterschied zwischen Anspannung und angenehmer Entspannung. Genießen das Gefühl der Entspannung, das sie in beiden Händen ausbreitet. Nun richten wir die Aufmerksamkeit auf beide Unterarme. Wir drehen die Hände herum, legen die Handrücken auf die Oberschenkel, drücken gegen die Oberschenkel, spüren die Anspannung der Muskulatur und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. spüren den Unterschied zwischen Anspannung und wohltuender Entspannung. Nun richten wir die Aufmerksamkeit auf den rechten Oberarm. Spannen die rechte Oberarmmuskulatur an, indem wir den Ellbogen anwinkeln, spüren die Anspannung im rechten Oberarm, merken uns das Gefühl der Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Spüren den Übergang von Anspannung zur angenehmen Entspannung. Spüren, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung im rechten Arm ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserem linken Oberarm. Spannen die linke Oberarmmuskulatur an, spüren auch hier die Anspannung in der Muskulatur, merken uns das Gefühl der Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen langsam wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Spüren den Unterschied zwischen Anspannung und angenehmer Entspannung. Oberarm, Unterarm und auch die linke Hand entspannen sich immer mehr. Spüren, wie sie in beiden Armen ein angenehmes Gefühl der Entspannung ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unseren beiden Schultern. Schieben beide Schultern ein wenig nach oben, gerade so weit, dass es noch angenehm ist. Spüren die Anspannung bis in die Rückenmuskulatur hinein und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker, ganz entspannt. spüren das Nachlassen der Spannung und genießen das Gefühl der Entspannung, das sie im gesamten Rücken ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserem Gesicht und konzentrieren uns zunächst einmal auf die Stirn. und schieben die Augenbrauen nach oben, sodass Falten auf der Stirn entstehen. Spüren die Anspannung auf der gesamten Kopfdecke. Merken uns das Gefühl der Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen langsam wieder locker. ganz locker und auch ganz entspannt. Spüren, wie die Stirn immer entspannter und lockerer wird. Und wie sich die Entspannung auf der gesamten Kopfdecke ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unseren Augen. Wir kneifen die Augen etwas fester zusammen, spüren die Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. spüren die Anspannung und wie sie ein wohltuendes Gefühl der Entspannung im gesamten Gesicht ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserer Kiefermuskulatur. Wir beißen für den Moment etwas fester auf die Backenzähne, beobachten die Anspannung in der Kiefermuskulatur und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Spüren, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung ausbreitet. Kopfdecke entspannt sich. Die Stirn ist eine glatte und leere Fläche. Die Tiefermuskulatur ist angenehm und locker entspannt. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zur Hals- und Nackenmuskulatur. Zunächst beugen wir den Kopf langsam nach rechts zur Schulter, so weit, dass es gerade noch angenehm ist. Spüren die Anspannung der Muskulatur und gehen beim nächsten Ausatmen wieder langsam zurück zurück in die Ausgangsposition. Wir spüren, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung ausbreitet. Ganz locker und auch ganz entspannt. Nun beugen wir den Kopf langsam nach links zur Schulter, spüren auch hier die Anspannung der Nackenmuskulatur und gehen beim nächsten Ausatmen langsam wieder zurück in die Ausgangsposition. spüren. wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung im gesamten Nackenbereich ausbreitet. Nun beugen wir den Kopf langsam nach vorne. Das Kinn bewegen wir dabei so weit in Richtung Brust, dass es noch angenehm ist. Wir halten die Spannung der Hals- und Nackenmuskulatur einen Moment und beim nächsten Ausatmen gehen wir mit dem Kopf wieder in die angenehme Ausgangsposition zurück. Wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und angenehmer Entspannung. Genießen, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung und Ruhe im gesamten Körper ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserer Atmung. Wir atmen gleichmäßig und ruhig ein und aus und bei jedem Ausatmen entspannen wir immer tiefer und intensiver. Wir spüren, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung im gesamten Körper ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserer Bauchmuskulatur. Wir spannen die Bauchmuskulatur ein wenig an, indem wir sie leicht anziehen oder herausdrücken. Wir spüren die Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Wir spüren, wir spüren, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung im gesamten Bauchraum ausbreitet. Wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und angenehmer Entspannung. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unseren Beinen und konzentrieren uns zunächst einmal auf beide Oberschenkel. Wir spüren die Oberschenkelmuskulatur an, indem wir beide Beine leicht anheben, spüren die Anspannung, merken uns das Gefühl der Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Spüren den Übergang von Anspannung zur angenehmen Entspannung. Genießen, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung in beiden Oberschenkeln ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu beiden Unterschenkeln. Wir stellen die Fersen etwas spitze auf den Boden, ziehen die Zehen in Richtung Knie, spüren die Anspannung in den Waden und merken uns das Gefühl der Anspannung und lassen bei der nächsten Ausatmung wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Spüren, wie sie ein angenehmes Gefühl der Entspannung in beiden Beinen ausbreitet. Nun gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unseren Füßen. Spannen die Fußmuskeln an, indem wir die Zehen etwas krümmen, spüren die Anspannung und lassen beim nächsten Ausatmen wieder locker. Ganz locker und auch ganz entspannt. Wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und angenehmer Entspannung. Spüren, wie die Füße wieder entspannt auf dem Boden aufruhen. Nun gehen wir in den Gedanken noch einmal durch den gesamten Körper, spüren, das angenehme Gefühl der Entspannung in beiden Händen und Armen, in den Schultern, im gesamten Gesicht, die Stirn, Augen, auch die Kiefermuskulatur, auch die Nackenmuskulatur ist angenehm entspannt. Die Bauchmuskeln sind entspannt. Auch beide Beine, Oberschenkel, Unterschenkel, die Füße sind angenehm entspannt. Und wir atmen gleichmäßig und ruhig ein und aus. Und bei jedem Ausatmen entspannen wir immer tiefer und intensiver. Und nun versuchen Sie für ein paar Minuten alleine weiter zu entspannen. ein und aus. Und bei jedem Ausatmen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020